Eine Frage zum Mittelfeld, da Palinja und Pavlovic ausfallen, hat Leon Gowetzka wieder die Nase vor Konrad Leimann? Ja, nein, ich weiß die Frage noch. Nur ich muss manchmal länger überlegen, weil ich das in eine andere Sprache mache. Nein, für Leon hat er es einfach gut gemacht. Er hat auch gegen St. Pauli von Anfang an gespielt, da hatten wir Joao nicht verletzt. Einfach weil er auch, wie gesagt, ein Teil dieses Kader ist und einfach gemacht hat, was er im Training machen muss. Aber in diesem Bereich muss ich ehrlich sagen, fairweise, ich habe keine Beschwerden. Ich habe keine einzige Spieler gehabt, die nicht 100 Prozent alles gegeben hat im Training, sonst spielen die auch nicht. Keine Chance. Und Leon hat einfach auch in schwierigen Zeiten gemacht, was er machen soll, natürlich manchmal unzufrieden. Das ist total normal, aber totaler Profi. Und deswegen ist es für mich eine ganz deutliche, ganz einfache Entscheidung zu sagen, okay, wir machen einfach weiter, weil wir haben die Spieler 100 Prozent Vertrauen in diese Spiele. Und Konrad kann auch in dieser Position spielen, das stimmt, aber wir haben viele Verletze in der Verteidigung jetzt im Moment. Und er hat es überragend gemacht in dieser Rolle. Also wir haben zwei Verletze, aber es ist jetzt nicht, dass wir auf einmal jetzt Kopfschmerzen haben, weil die Qualität weniger ist. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach ein anderes Profil. Und jetzt muss jeder immer zeigen, aber wir haben Vertrauen, dass die Leistungen stimmen werden. Und jetzt müssen wir noch endlich Daten machen. Also können wir unter anderem, hinterher, dass die Zinsen nicht nur noch die Zinsen der Zinsen sind. dass die Zinsen nicht nur 2020 ist. Und dann können wir dann jetzt einfach mal verletzen können. Und dann wollen wir einmal administrator werden, dass die Zinsen.